Sicher? Ziemlich sicher, ja. Okay. Ich schicke sofort ein Team los. Vielen Dank. 1-3, die 1st Marine Division hat gerade das Ostviertel erobert. Die Schlacht um diese Stadt ist so gut wie zu Ende. Beenden wir sie heute. Verstanden. Sie kriegen. Wart auf Sie. Sie kriegen. Okay, gesichert. Gehen wir. Das ergibt jetzt alles einen Sinn. Cole will Alvashir persönlich ergreifen. Er ist schon seit Jahren Käpt'n und will den Obermotzen zeigen, dass er's noch drauf hat. Er ist scharf auf ne Beförderung. Elender Arschkriecher. Blackburn, Capo, hier drüben. Sind 200 Meter vom Zielgebäude entfernt. Müssen nur noch durch das Kaufhaus. Nutzen wir dieses Gebiet als Rückzugspunkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, Update. Blackburn, Capo, ihr überwacht den ganzen Ablauf von diesem Dach hier aus. Wir treffen uns danach am Kaufhaus-Eingang. Wir haben jetzt Alvashirs Standort bestätigt. Nutzen wir schießen. Definitiv nicht. Wir brauchen Alvashir lebendig. Wegen seiner Infos über die Bomben aus der Bank. Ich will nicht, dass die Sache so endet wie bei Bin Laden. Verstanden? Alles klar. Packen wir's an. Wir gehen rein. 1-4. 1-3 geht in Position. Verstanden. Gehen jetzt los. Gebt Deckung berichtet. Out. 1-3 in Position und bereit. Over. Wir stecken bei der Mauer fest. Rechte Seite vom Pausenhof. Deine Wache arbeitet da an einem Generator oder so. Verstanden. Haben Sichtkontakt. Blackburn, schieß, wenn du bereit bist. Guter Schuss. 1-4 aus der Straße. Rückt vor. Nehmt die Ecke links und bringt uns durch. Gebiet ist sicher. Vergesst das. Scheinwerfer. Fahrzeug kommt auf euch zu. Alles okay. Wir rücken weiter vor. Satt Thermobitsack. Zwei und Anweis im Erdgeschoss mit vermehrter Aktivität. Nehmen uns zuerst das Licht hervor. Merkowitsch. Nimm einen Mann und bleib draußen. Gebt uns Deckung. Kennung 1-1. Verstanden. Verstanden. Brechen gleich aus. Halt uns was los. 1-3. Hier 1-1. Habt ihr Sichtkontakt? Wir sehen hier unten rein gar nichts. Verstanden. Wir geben euch Deckung. Rechte Seite. Erdgeschoss. Erledigt. Position 1 ist sicher. Warten vor zu Position 2. 12 Uhr. Obere Stockwarten. Auf den Pausen. Nächstes Ziel. Wettgranaten bereit. Los, los, los. Scheiße, das war knapp. Schütze unten rechts. Giebel da. Siehst du ihn? Weiter so. Voll. Zum nächsten Mal. Schnell. 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 Laster rollt an. Inke Gebäude satte. Schnell ihn ab. Fuck. Noch mehr Feinde. Scheiße. Sie kommen auf uns zu. Auf den Pausenhof. Schnell sie ab. Scheiße, Panzerfaust auf dem Dach. Schnell sie den Hurensohn. Scheiße, Panzerfaust auf dem Dach. 1, 1, 1. Geht uns nicht los. Fahrzeug 2 hoch rechts. Sie bist dran. Kraft das Fahrzeug an. Stehen unter die Rechte beschoben. Einschläge kommen immer leer. Schaltet es aus. Schaltet das 2 Fahrzeug aus. Es hat uns vervisiert. Ich habe ihn. Rechte Seite. Erdgeschuss. Scheinbar. Verdammt. Wir müssen ihn aufhalten. Komm schon. Beeilung. Los, los. 1, 4. 1, 3. Wir haben Al-Bashir. Und sichern ihn jetzt. Over. Verstanden. Wir sind jetzt unterwegs zum Abrufpunkt. PLA-Einheiten kommen auf euch zu. Bereit halten für Kontext. Aus. Ich habe ihn. Deck du die Straße ab. Wir müssen ihn heraus... Wir müssen ihn heraus... 1, 3. Und wir sind vier. Kämpfen uns durch bis zum K-Funk. Das tut uns nicht los. Wir müssen ihn heraus... 1, 3. 4, 1, 4. Kämpfen uns durch bis zum K-Funk. Wir müssen uns umgehen. 2, 1, 4. 2, 1, 4. Ich muss ihn reinrecken. Lass es nur noch an den Anfass erreich. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ja, klar! Schwellt dein Arsch, hier Heili! Hier ist mir unser Kratzen! wir sind unterwegs zum abholpunkt wach bleiben sterben sie mir nicht weg hey wie heißen sie wie ist der name kommen sie mal anhalten sie durch wie sie mal legt ein paar minen hier aus bald werden uns eine menge wütende leute besuchen deckt die eingänge ab sobald ein feind kommt pustest du ihn weg mach schon beeilung sie kommen 1 3 status wir haben uns im kopf du hast ihn gehört pass auf und nimm den hauptangang ins visier erster stock nahe des abholpunkts Verstanden. Versuchen, zu euch rüberzukommen. Eine PLA-Einheit ist an uns vorbei ins Kaufhaus eingedrungen. Erdgeschoss müsste vor euch sein. Over. Verstanden. Du hast ihn gehört. Pass auf und nimm den Haupteingang ins Visier. Mit einer Schmerz-AP-Einheit ist. Geh! 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 Achtung! Stock vor! Passt auf die Eingänge auf! Over! Verstanden! Gib an den Türen Feuerschutz genau voraus! Wie ist der Zustand des Gefangenen? Blutet stark! Schockzustand sieht nicht gut aus! Lasst ihn nicht sterben! Verstanden? Haltet ihn am Leben! Verstanden! Berat! Anstrengung! So lange! Beheuer! Mas parar! Das war die Vögel! Das war die Vögel! Saggüter! Saggüter! Beheuer! Vögel! Vielen Dank.